Die Nassolabialfaltenbehandlung kann einen sehr freundlichen Blick erzeugen. Manchmal ist es auch mit der Mundwinkelpartie kombiniert, das heißt die Mundwinkel sollten etwas freundlicher ausschauen und dann auch noch die Nassolabialfalten, die Nassolabialfalten, ein sehr schwieriges Wort in dem Augenblick, sollte etwas flacher aussehen. Und dann hat man, denke ich, einen sehr positiven Erscheinungsbild und wenn die Behandlung durch einen Facharzt für plastische Chirurgie erfolgt, sieht es dann auch entsprechend natürlich aus, wenn er die Notwendigenkenntnisse hierzu hat. Und man, denke ich, kann man hier vorher und das nachher Bild sehen und einen sehr deutlichen Unterschied, denke ich, ist hier gegeben.